Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir befinden uns heute wieder auf Hive MC. Heute gibt es eine Runde Hide and Seek. Vielleicht gibt es auch zwei Runden, mal schauen wie lang die erste Runde ist. In 8 Sekunden beginnt die Runde und ich bin gespannt welcher Block ich dann bin. Ich nehme einfach Leafs, weil ich will keinen Zufallblock bekommen, weil sonst bekomme ich irgendeinen Scheiß und kann mich dann nicht wirklich gut verstecken. Ja, mit meinem Glück bin ich sowieso der Sucher, wahrscheinlich. Ne. Ich gehe gleich hier drauf. Perfekt. So, jetzt muss ich kurz stehen bleiben und jetzt bin ich ein normaler Block. Jetzt habe ich gerade eine Nachricht bekommen. Handy wieder. So, die Runde startet jetzt. Mal gucken. Ähm, Ende drüber. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Oh, zum Glück, der läuft vorbei. Okay, für was ist das Level? Okay, da bin ich jetzt ein bisschen überfordert, das weiß ich nicht. Da steht unten Level 2. Aber ich weiß nicht, weshalb, warum. Ich schaue jetzt einfach mal, vielleicht bin ich eh gleich Level 3. Ja, perfekt, der hat vorbeigeschlagen. Juhu. Zum Glück. Okay, jetzt habe ich ein Schwert. Nein. Nein. Geh weg. Was sind die alle so nahe bei mir? Nein. Ach komm. Jetzt hat er mich getötet. Jetzt muss ich warten und dann kann ich auch suchen. Mal schauen. Was die Runde so mitbringt. Ich habe auf alle Fälle schon mal 48 Punkte bekommen. Okay, da ist nichts. Und Blätter ist auch nichts. Da oben ist ein Bücherregal. Nein. Hm. Hm. Nein. Das ist echt nicht leicht, wenn man nicht weiß, wo man suchen soll. Wo sich dann einer befindet. Nein. Schauen wir mal auf die andere Seite. Ah, genau. Vielleicht ist da jemand oben. Der, wo sich da schön versteckt. Nein, da kann nichts sein. Das ist auch nicht. Hm. Die Map ist echt scheiße für Heiden Sieg. Weil es einfach so extrem viele Versteckmöglichkeiten gibt, wo man sich so leicht verstecken kann. Okay, wir haben gewonnen. Passed. Einmal frei. Join new game. Spielen wir gleich nochmal eine Runde. Bin ich top. Nee. Schade. Geh hier gleich rein. Weil hier sind die meisten. Jetzt dauert es wieder 40 Sekunden. Ich schau mal Optionen. Wenn meine... Ohm. Wenn meine Geräusche irgendwie so leise sind. Nein. Scheiße, jetzt habe ich einen Scheiß gemacht. Wieder rein. Hoffen wir, dass ich in dieser Runde besser bin. Und vor allem, dass es eine leichtere Map ist, falls ich gefunden werde. Falls. Natürlich. Ah, komm. Aber die Worte, glaube ich, hier finde ich cool. So ein überdimensioniertes... So ein überdimensioniertes Zimmer. Ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Also mir gefällt es. Ist halt echt viel Arbeit. So, wo verstecke ich mich? Oh, das ist die gleiche Map wieder. Ich setze mich hier drauf. So, jetzt bin ich gleich perfekt. Jetzt haben wir noch 14 Sekunden Zeit, damit man sich verstecken kann. Und dann geht es auch schon los. Ich bin gespannt, wie lange das es diesmal dauert, bis ich gefunden werde. So, jetzt habe ich noch 10 Sekunden, dann kann ich erst wieder so einen Effekt nutzen, damit ich mehr Points bekomme. Aber ich bin jetzt Level 3 schon. So, dann setzen wir jetzt den nächsten. Oh, Schiebhaus. Ne, ich nehme... Explosion. Okay, Level 4. 12 Punkte bis jetzt. Es sind nur noch 4 Leute da, die sich verstecken. Ich hoffe, dass einer vor mir getötet wird, weil... Ja, ich bin auf Platz 3 normal. Jetzt bin ich auf Platz 2. Ach, komm. Bin ich... Warum? Ja, ich bin auf Platz 1. Juhu. Ich habe jetzt 50 Punkte bekommen. Ähm, ja, das war es dann auch leider schon wieder mit der ersten Folge Hide & Sieg. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, mitmachen wollt oder meine Statistik sehen wollt, schaut in die Kommentare, äh, äh, in die Videobeschreibung, nicht Kommentare. Dort findet ihr die ganzen Kontaktinformationen und die Links zu den Statistiken von meinen Spielen hier. Ja, nicht wundern, ich bin nicht der Beste, aber ich verbessere mich stetig. Man sieht, ich bin zuvor fast... Ja, einer der ersten fast gewesen. Und jetzt war ich der Letzte, also Platz 1. Und, ja, dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.